Soweit ich das weiß, ist es weltweit zu beobachten, dass die Köpfe nicht mehr größer werden, dass wir uns also kollektiv mehr verständigen. Und da ist natürlich auch das Netz eine ganz, ganz wichtige Sache, damit Leute in Indien sich über Ideen mit Leuten in Nigeria austauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und dann muss man das nicht mehr alles selber im Kopf haben, sondern man kann eine Gemeinschaft ansprechen und gemeinsam Lösungen finden. Und da, glaube ich, ist das Web eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Web hat aber auch Probleme, weil der CO2-Ausstoß, der dadurch verursacht wird, dass wir unsere Informationen ständig austauschen können, steigt ja disproportional zu anderen Bereichen in der Gesellschaft. Also 2007 war es bereits so, habe ich verstanden, dass Flugverkehr genauso viel CO2 verursacht hat wie Bereitstellung von Informationen und Smartphones. Aber dass das Wachstum des CO2-Ausstoßes für die Bereithaltung von Informationen, für die Produktion dieser Geräte und so weiter und so fort, vierfach schneller wuchs als CO2-Ausstoß durch Flugverkehr. Das heißt, heute müsste das eigentlich schon verdoppelt oder sonst was sein. Das heißt, wenn wir alle sagen, wir wollen die Umwelt retten und fliegen deswegen weniger, aber uns eben halt dann mehr mit diesen Dingern beschäftigen, tun wir unter Umständen dem Klimaschutz genauso einen Schaden wie wenn wir fliegen würden oder noch größer.